So sieht's aus. Mega. Na? Hallo? Auf geht's in die Wüstenwelt! Ja, das ist da. Okay, warte, um was kümmerst du dich? Wo bist du? Wo bist du hin? Bist du über die Düne? Ja, okay, warte, ich nehm die Kiste. Ja, ja! Achso, meinst du, dass sie da reinfliegen? Ja, warte, warte, doch, doch, warte, ne, ne. Ja, das stimmt. Und dann, ich soll da auf dich warten? Ja, aber, ne, ne, der ist schon noch da. Aber wir können uns, wir hätten uns da, komm doch mal hier hoch. Weil, du kannst dich direkt zu einem Stern boosten. Oder auf jeden Fall die Nähe. Oder, warte mal. Oh, oh! Ja, das fahre ich nicht. Nein, 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 warte, warte, warte. Wenn du hochkommst? Ah, nee, das ist zu weit. Nein, du kannst fliegen! Mach ein Weit. Siehst du da vorne die kleine Öffnung oben? Mach ein Weit. Und jetzt immer A drücken, immer A drücken, immer A drücken. Oh, scheiße. Ist egal. Gehst du in die Pyramide rein? Oder bist du? Alter, das geht halt einfach echt mit Yoshi, ne? Ich hol den Kran nicht, ich hol den Kran nicht, den mach ich kurz. Das ist gar kein Problem. Okay. Äh, ich glaub, da muss ich einfach nur hier hoch. Ah, reagiert die überhaupt auf mich? Ja, tut er. So, Moment. Da muss ich mal kurz warten. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wo wollen wir uns treffen? Wo machen wir weiter? Du könntest schon mal die Pyramide aufmachen. Da musst du auf alle vier Säulen drauf. Auf allen vier Säulen einmal landen mit der Flugkappe. Das könntest du schon mal machen. Ja. Nee, nee. Hol dir kurz die Flugkappe. Die ist auf dem Dach von diesem... Ja, genau. Die ist auf... Was, ernsthaft? Als ob du... Oh, krass. Ja, okay, dann mach ich das kurz. Ja, du wartest einfach kurz. Ich mach kurz das Dach auf. So, erste Säule. Hey. Zweite Säule. Ja, Mann. Und zwar übelst schnell. Alter, übelst mit Fuß. Ich bin einfach, ich bin einfach so, so, so ein Jet. Ich bin so ein Bump, so, so ein... Ja. Ja. Okay, warte, die Pyramide ist auf. Aber fuck, die ist wahrscheinlich für dich nicht auf, ne? Aber wir können für zweit die Hände bekämpfen. Hier sind ja die Hände, die Doppelten. Die können wir... Das ist dann zwei gegen zwei, dann ist das mal gerecht. Doch, klar. Oh, scheiße. Oh, das ist, das ist, das ist ärgerlich. Aber dann hole ich kurz einen aus dem... Voll, voll. So, ich... Ich hab kurz den Stern ganz oben in der Pyramide geholt. Ja. Ja. Ja, das ist genau der, den ich grad... Das ist der, wo es dann zu den Händen geht. Aber da brauchst du die Flugkappe für. Und dass die, die ich aktiviert ist, das ist irgendwie voll für den Arsch. Warte, warte, ich zeig dir mal, wie das... Aua! Ich zeig dir mal, wie das funktioniert, mein Freund. Ja, ich... Ich hol... Ich hol... Ich hol die... Ja, ich hol die Flugkappe. Ja. Okay, Moment. Ich brauch nur kurz die Flugkappe. Und dann kommt direkt der... Der Toadbomber A380. Also, der reicht einfach Lichtgeschwindigkeit. Ja, ich bin da. So, wo bist du? Ich bin... Ich bin in der Pyramid. Mein Freund. Wo bist du? Hey, Kollege. Hallo! Okay. Ähm, ich weiß schon, wo wir es sein können, glaub ich. Ja. Ey, du kannst eh überall hinfliegen. Aber halt nur von oben. Also, du kannst halt nicht... Du kannst halt mit Yoshi nicht an Höhe gewinnen. Oh, ich weiß, was wir machen können. Ich... Ich weiß, was wir machen können. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay, Moment. Geht das schon von hier? Oh, das könnte klappen. Oh, das könnte klappen, aber das... Warte mal. Du komm mal zu mir hoch. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ja. Ja, ich seh's grad. Ich schau dir grad zu. Ne, du kann... Na! Yoshi kann keinen Wandsprung. Yoshi kann keinen Wandsprung. Yoshi kann keinen Wandsprung. Ich hab's vorhin auch probiert. Der hat auch keinen gemacht bei mir. Ich dachte auch, ich wär zu unfähig, aber... Ich glaub, weil der den Flutterflug hat, hat Kaze ihm den weggenommen. Das ist halt echt krass. Ich dachte echt... Ich dachte echt über Yoshi, aber ich hab mich wohl irgendwie verguckt. Jetzt geht's, ja. Siehst du mich? Ach, geh mal, geh mal in die... Ich, ich... Da bin ich. Ich... Nein, nein, dreh dich nach... Äh, weiter nach links. Auf der anderen Seite. Oben. Und da... Da... Komm... Komm da zu mir. Hier können wir stylen. Für deine Aufnahme. Na, du bist mit Mario super dabei. Ey, du musst... Aber du musst halt ein bisschen... Also, wir müssen hier hoch. Einfach... Einfach Wandsprung aufs Gitter hoch. Okay, hast du gesehen? Ja, Wandsprung aufs Gitter hoch. Ne, ne. Von vorne, von vorne. Genau von da. Ja. Gut, und jetzt geh mal in die Ego-Perspektive. Siehst du das Loch da unten in diesem roten Teil? Da musst du reinfliegen, mein Sohn. Nein! Du Hund! Bist du wieder unten? Oh, no! Ich war, glaube ich, noch nicht in der Hockey, als du geschwungen bist. Okay. Du weißt jetzt, wie es geht. Ich kann dich wieder beobachten. Das sieht so geil aus. Jetzt bist du ja Profi. Jetzt bist du ja richtiger Profi. Ja, das ist schön, von einer erhöhten Position dir zu... Wie kacke du bist. Jetzt hängst du an dem Stein fest. Okay. Okay, aber sag jetzt bitte, bevor du springst. Okay, warte. Das Trampolin... Ah, das war nix. Okay, warte. Richte die Kameraperspektive gut aus, dass du auch ein bisschen ziehen kannst. Trampolin steht. Spring, wenn du bereit bist. Spring, wenn du bereit bist. Und dann schaue ich dir zu. Da drin sind dann die Hände. Oh, jetzt, jetzt. Jetzt wird es ein Sane. Jetzt wird es ein... Oh. Ist egal, passt, passt, passt. Okay, aber von da, wenn du dich da jetzt... Das Loch ist ja direkt unter... Schau zu mir, schau zu mir. Da, wo ich bin. Da ist direkt das Loch an der Wand. In der Mitte, in der Mitte. Weiter, weiter, weiter nach rechts. Jetzt direkt unter dir. Du musst irgendwie hängen und dann mit nem Kick... Mit nem Kick dann da rein. Nein. Oh no, du Sohn. Oh Gott. Jetzt lass... Aber das ist nicht sonderlich hoch. Glaubst du, wir können es doch von unten schaffen? Ja, ich komm mal runter. Ja. Ich jump einfach mal runter. Ah, okay. Okay. Okay, wo bist du? Ah, da bist du. Ah, nee. Nee, ich glaub, ich muss dir... Warte, ich geb dir hier das Trampolin. Du musst mir nur sagen, wenn du kommst, dass ich in die Hockey gehen kann. Weil ich seh dich nicht. Meine Kamera sieht dich gerade nicht. Zack. Ah. Wo bist du? Wo bist du? Du bist tot? Alter, das sind schöne, die Aufnahmen. Bei dir. Wo einfach wieder nichts funktioniert. Ah, du bist wieder hier. Okay, warte. Ja, aber von hier ist es zu... Oh, warte mal. Stopp mal, komm mal mit. Von hier? Von hier? Jetzt frag ich mich gerade. Kommst du hoch genug? Du bist hoch genug. Na, warte. Ich stell mich hier hin. Let's go. Jetzt. Ah, ich versink halt nur. Ich muss halt aufpassen. Okay. Jetzt, jetzt. Oh, nein. Ich glaub, das wird nix, ne? Oh, mein Sohn. Mein Sohn. Nein. Nein. Mami. Geht es überhaupt hier drin? Geht es überhaupt hier drin? Ah, ich komm nicht hoch genug. Ne, das wird nix. Ich glaub... Oh, ja. Oh, fuck. Okay, warte. Warte. Ah! Tod! Nein! Ich fall immer runter, das darf doch nicht wahr sein. Nein. Pfff. Es ist halt echt schon Hardcore-Emilch, was wir probieren. Oh, fuck. Das war eine Stamm-Vertacke, mein Sohn. Okay. Ah, fuck. Ne, ich glaub, das wird nix. Du kickst mich immer, du Wichse. Pfff. Nein. Oh nein, das war nix. Das war nix. Ah, fuck. Äh, schade. Wollen wir noch einen Stern normal holen, oder wollen wir gehen? Äh, müssen wir einfach nach oben steppen. Oder warte mal. Ich kann's noch mal von hier probieren. Ich probier's jetzt auch einmal. Oh, da brauch ich, glaub ich, deine Hilfe. Oder? Nein, bin ich nicht. Brauch ich nicht, weil ich bin der beste Spieler. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, warte. Ich probier's mal. Ich probier mal, ob ich bis in den Hemd bekomm. Oh, fuck. Ich hab nen Kick? Ja, ich hab den Kick. Oh, Kamera, please. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich mach die Ernte. Ich bin übers Dach reingekommen, bin dann runter geschwungen, hab nen Kick gemacht und bin rückwärts gefallen. Ja. Also, er hat mich dann halt, weißt ja, in der Luft nen Kick gemacht und dann nach hinten gelenkt. Ja genau, ich hab da drüben, wo mir die Treppen hoch geht, nen Dreisprung gemacht. Und dann da hoch. Ah, schade. Ah, no. Oh. Aber du könnt... Hast du den Hasen schon gefangen? Okay, dann hast du schon dran. Weil du... Ich denke, das nächste ist ja die steile... Die was... Ne, die grüne Giftgrotte haben wir ja noch. Mö... Was der? Was der? Was der... Please, please, no. Please, no. Okay, ich hab den Stern. Warte. Ja. Warte mal. Mach! Den roten Schalterpalast musst du noch machen. Sonst kannst du nie... doch, du musst... Nein. Also ihn selber machen. Du kannst nicht in die Welt rein? Okay. Ja, das können wir dann nachher mehr machen, ja. Nee, das stimmt. Ja, okay, dann gehen wir in die grüne Giftgrotte, oder? Vor der Tür. Zur grünen Giftgrotte. Da bist du. Mein Sohn. Den grünen Scheiterball. Das können wir machen. Da unten ist ein Todkollegen, mit dem ich quatschen kann. Ich kann dir sagen, wer die Richtige ist. Der, der von dir so satisfied ist. Oh. Okay, ich komme. Oh, wenn das deine Freundin hört. Ich bin drin. Ich komme. Justin, gehst du mir gerade... Wo bist du? Wo bist du? Nach links? Achso, du... Ich war... Ja, ja, ja. Ich weiß, wo du bist. Ah, das ist einfach nur... Das ist einfach nur geil. Ja, warte mal. Das ist aber ganz schön hoch, gell? Warte mal. Lass mal gucken, ob wir da nicht... Das ist zu niedrig, glaube ich. Der Bounce... Der schießt einen leider nicht so hoch. Man kann damit eher Distanz unterbrücken. Ah, fuck. Ja, ich habe es gesehen. Hast du einen Abflug gemacht? Ja. Ja, das... Ich probiere gerade mal was. Nein! Alter, ich bin... Alter, ich bin mal richtig... Ich habe mal richtig harten Ab... Ja, Mann. Ja, wir gehen zu Nessi und dann können wir uns da sozusagen zum grünen Schalterpalast rüberschießen. Okay. Dann gehe ich mal zu Nessi runter. Warte, warte. Ah, warte. Wo ist der Shortcut zu Nessi? Man muss sich doch von irgendeinem Aufzug runterdrücken lassen, oder? Okay. Ich... Okay, warte. Also, ich bin da, wo ich gerade gewunken habe. Ich erwarte dich. Ich bin das Begrüßungskomitee. Hallo! Okay. Loll, warte mal. Ah, gerade ist mein Bildschirm schon angegangen, weil ich meine Maus nicht mehr bewegt habe. Okay. Ja, warte. Ja. Ich schau... Nein, ich schau dir zu. Ich bin nicht mitgewunken. Guck dir zu. Ja, okay. Man fährt runter. Achso, achso. Ja, warte. Ja. Okay. Okay, ich bleib auf. Nein, nein, aber der Aufzug gilt für mich nicht. Der Aufzug gilt für mich. Wo muss ich gegen die Wand ran? Ich schau dir zu. Ich schau dir zu, wie du es machst. Aber der Aufzug, dein Aufzug gilt für mich nicht. Achso, ja. Ja, okay. Ja, hat ja fast geklappt. Scheiß drauf. Ich weiß es nicht. Oder wir sind einfach zu schlecht. Das kann auch sein. Äh, eben. Du machst eigentlich nie Fehler, gell? Ich bin gerade ins Lebel-Labyrinth gegangen. Äh, du musst... Ah, warte. Ich komme zurück. Äh, wir kommen jetzt noch voll... Okay. Okay. Äh, ich komme nach. Okay, let's go. So, warte. So, komm, wir stylen hier ein bisschen. Gib mir mein Trampolin. Ah, nein, hier ist kein Trampolin. Ich gebe ruhig ganz. Hier, 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 ja. Hier bräuchten wir zwar kein Trampolin, aber... Aber flieg mal da hoch und mach den Stern. Ich mach dir bei den anderen Sternen hier wieder drin. Warte. Okay. Ja, okay. Mach ihn. Ich mach den anderen. Hier gibt es nämlich zwei. Da musst du einfach den Gang entlang und dann bist du eigentlich, glaube ich, schon da. Ja, das ist nichts Aufwändiges. Nein, 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 aber der führt sich in den Stern, Kollege. Ganz safe. 100 Prozent. Kollege, der führt sich in den Stern. Trust me. Ach, stimmt. Ach, fuck. Ich habe ja vergessen, dass du so... Ja, okay, geht zu Nessie. Ich hole kurz den anderen Stern. Ja, okay, dann machst du den. Dann laufe ich schon mal runter zu Nessie. Unkoordiniert, Alter. Ah, du bist so kacke. Nein, ich habe den Stern geholt. Ich war produktiv im Gegensatz zu dir, du nutzloses Stück. Ja, okay, dann mach ich Nessie. Wenn du das sagst, dann mach ich das. Ist okay. Ich sterbe halt nicht dabei. Doch, da geht es dazu, Nessie. Ich kann nicht glitschen, weil Glitschen nicht funktioniert hat. Warte, bist du bei Nessie? Hol den Stern und ich... Achso, okay. Ich will jetzt bei Nessie. My best buddy. Alter, kranker Scheiß. Ich bin schon da. Einen Moment. Nessie bückt sich für mich. Wie jede Frau. Achso. Okay, ich habe den Stern. Auf jeden Fall. Haut rein, Freunde. Servus. Dies ist. Ich bin ja gut.